Ein geiler junger Mann ging in ein Bordell, die Dame am Tresen fragte ihn, was er sich wünschen würde. Der Mann wollte wissen, was es alles gibt. Die Dame des Bordells, im ersten Stock haben wir die Ex-Models, sie sind alle schlüpfrig und heiß, im zweiten Stock haben wir unsere Ex-Schauspielerinnen, sie sind alle drall und schön, im dritten Stock haben wir unsere Ex-Lehrerinnen. Mann, sag nichts mehr, führen Sie mich in den dritten Stock. Frau, wundert es Sie wirklich, dass Sie Ex-Lehrerinnen den Ex-Models und Ex-Schauspielerinnen vorziehen? Mann, das liegt auf der Hand, Madame, Lehrer lassen einen eine Sache immer wieder machen, bis man sie perfekt beherrscht. Teile deine Meinungen, verdiene echtes Geld. Trete dem größten Meinungsnetzwerk der Welt bei und lasse dich direkt von deinem Sofa aus belohnen. Bei api.neo.https.appinio.page.link-54vx